Wir müssen uns irgendwas mal überlegen, dass unser Cauldron hier immer wieder aufgefüllt wird. 10k in Bitcoins die Stunde krieg ich. Also Millionäre sind wir nicht. Auf dem Schweizer Nummernkonto bitte. Nein. Du kriegst 10.000 Arschtritte die Stunde weniger. Guter Deal. Ja wobei, streng genommen die Stunde. Das heißt immer 59 Minuten, 59 Sekunden. Dann entlassen wir dich und dann stellen wir dich neu ein. Genau. Und du musst natürlich selbst drauf achten. Wir haben nur gerade das Problem, dass unsere Dampfproduktion nicht ausreicht. Was? Es laufen gerade alle Maschinen gefühlt. Kocher gerade esse, gleich danach kann ich euch was farmen. Ja, musst du nicht. Ist halt nur ein Angebot, weil du letztes Mal gemeint hast, dass du uns da helfen würdest. Helfen möchtest, wie auch immer. Oh, es regnet gerade. Ja, können wir mal im Schlaf gehen? Oder muss nur ich schlafen gehen? Oder müssen nur beide? Ja. Nein, nein, nur du. Achso, stimmt, diese 50%-Regel ist drin. Mhm, ich will bei Engineers. Ja, das heißt, ich müsste so oder so dann den Server einmal kurz neu starten, wenn Marek reinkommt. Warum? Weil wir sonst keine 50% nur haben. Achso, stimmt. Ich habe 28 Wolle. Okay. Ist egal. Bei mir ist sowieso den ganzen Tag hell. Hey, 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 hey. Bei mir immer noch nicht. Nein, ich habe nicht den Gamma aufgestellt, ich habe einfach nur den Himmel ausgestellt. Warum hast du dir denn schwarz gemacht, Hugo? Hä, wollte ich. Ja, aber erst weiß. Ah, nee, kann man auch wieder weiß fahren. Ja, ich wollte noch ein paar Beispiele haben. Schön mal, ich brauche halt schwarze Farbe, das ist mein Problem. Wir haben ja keinen Baum mehr. Warum ist eigentlich das Ding hier komplett voll mit irgendeinem Krempel? Was, du? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Aus dem Crusher kriegt man drei Baum mehr und haben wir auch drei. Na gut, bringt nichts. Ist halt... Äh, achso, einen Gatter hast du sogar reingebaut. Wow, Hightech. Ganze drei Wolle habe ich bekommen. Gut. Merke ich nicht. Das ist kein Stück gut. Hä? Wie splint? Ja, bin ich aber. So, das heißt, ich würde jetzt einfach mal versuchen, ein bisschen mehr von den Circuits zu bauen. So. Dafür brauche ich jede Menge Resin. Stahlplatten, die Circuits, dafür brauche ich Copper Wire. Das heißt, ich brauche jede Menge Kupferplatten. Ähm. Haben wir noch Kupfer... Hast du da denn eigentlich schon schweres? Äh, ein Flint. Achso. Meine Hotbar unten ist voll und dann habe ich es irgendwie mir angewöhnt, irgendwann mal einfach mal aufs Erste drauf zu gehen. Frag mich nicht, warum. Wenn du so ein Schadet bist, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Achso. So. Äh, ja. Dampf ist leer. Dafür bräuchte ich ein bisschen was von denen. Ach komm, ich mache gleich ein bisschen mehr. Wir brauchen eine größere, äh, Ding hier. Ein Ding? Ja. Äh, eine Workbench. Größere? Ja. Doch. Bestimmt. Oh nein, jetzt muss ich auch noch einen Cutter bauen. Haben wir irgendwie von allem was da? Nein, natürlich nicht. Äh, ich würde sagen, ich baue Rough Iron Cutter, oder? Die haben mehr Haltverkauf. Warum macht das denn alles nur so wenig Damage? Ich bin ein vernünftiges Wert. Achso. Ich habe ein gutes Outblade. Haben wir Osmium schon, ja, oder? Osmium? Nö. Das hatten wir doch mal als Erste bekommen. Sicher? Ja, das habe ich schon gelesen, ja. Das macht 14, 16 Damage. Okay. Nö, gut, haben wir nicht. Da, Rough Iron, das heißt, irgendwo hier müsste noch Rough Iron sein. Da. Ein Mentars voll, warum? Methronium haben wir auf keinen Fall. So, das heißt, einmal die Fire. Warum zum Teufel gibt es hier Sword Blades, die nur 0,005? 5 Damage machen. Weil. Okay. So, dann, dafür brauchen wir noch zwei mehr. Iron File. Dann mit einem, ne, Säge, ja. Mit einer Säge schraubt man die dann auseinander? Das finde ich immer noch geil. Wir zerlegen, also wir erst feilen wir quasi eine Iron Rod, dann zerlegen wir sie. Und dann packen wir zwei Stück wieder zusammen zu einer Schraube. Alles logisch. Ja. So, und wofür? Einfach, damit wir ein so ein Ding haben. Warum habe ich jetzt eine Schraube zu viel? Oh, nö. Jetzt meine Hinterhand noch voller als vorher. Genau, ich mache das einfach so. Die haben noch Bestattung auf Gold, haben wir nicht. Haben wir denn die Erze überhaupt? Erze? Ja. Irgendwo in irgendwelchen Kisten verteilt. Wo ist Gold? Haben wir überhaupt was? Eigentlich, wir müssen doch Gold haben. Scheinbar nicht. Äh, doch, stimmt, haben wir hier hinten. Ah, stimmt, da ist die Kiste. Ich habe mich gerade gewundert, hey, wo ist denn die blöde Dingskiste? So, dann... Brauche ich jede Menge von denen. Das ist aber das falsche Rezept. Oh, hä? Oh nein, habe ich es ernsthaft falsch gemacht? Okay, die funktionieren wenigstens so. Also, was fehlt mir? Jede Menge von diesem Glaszeug. Davon haben wir mittlerweile 28, nur mein Inventar ist voll. Äh, ich bräuchte doch noch mal einen ganzen Haufen Papier, wenn du hast. Äh, Papier habe ich nicht, nö. Warum nicht? Ich weiß es nicht. So ist Zuckerrohr hinter mir, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Was ist hinter mir? Ach ja, wir haben das... Ich bin ja auch, aber... Ähm... Ja, das ist jetzt doof. Ah, hier sind es so genau, 27 Slime-Balls. Aber wie viel brauchen wir? Noch mal zwei, glaube ich. Ich glaube. Oh, das kann nicht sein. Ähm... Ich bin gerade im Überlegen, wie wir schneller Zuckerrohr bekommen. Ja, Snet? Gibt es hier Snet? Ne. Ähm... Im Chemical Bath kriegen wir das auf jeden Fall einfacher. Und im Carpenter. Aber haben wir das Zeug? Carpenter könnten wir sogar wirklich machen. Aber dafür brauchen wir halt erstmal Strom. Problem erkannt. Ja. Ähm... Hä? Shit. Blöd. Ja. Na ja, das weiß ich selber. Äh... Äh... Das kommt hier denn mal raus. Ach, komm. So, dann... Boah, das gibt es doch nicht. Oh, jetzt habe ich ein Schwert, was 8 Detect Damage macht. Ja, mich nervt es auch, dass mein Inventar die ganze Zeit komplett voll ist. Also, die Probleme habe ich nicht. Noch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, willst du auch craften? Nö. Kein Interesse. Merke ich schon. Oh, ich brauche einen Sugarcane mehr. Oh, hat mir gerade ein Eisenschwert getroppt. Äh... Zombie. Okay. So, mir jetzt egal. Dann, die Platten brauche ich. Hä? So. Drei. Oh, toll. Hat nichts gebracht. Ich habe nur noch mehr Zeug im Moment. Mag eigentlich nicht den Enderman jetzt anhitten. Dann kriege ich so ein bisschen Angst. Äh... Nö. So, ich brauche 6 von denen. Das heißt, ich brauche mehr von den Slime-Ball-Kram. Ich höre den Enderman schon. Ich habe ihn schon dort? Ja, meine ich ja. Dieses Geräusch, wenn er stirbt. So. Ich mache jetzt einfach mal... Jetzt bin ich in der Slime-Ball-Kiste. Also, jede Kiste? Ich kann halt nicht anders. Das geht nicht. Das ist echt schwer. Ja, das ist wirklich. Dann... Ich brauche mehr Kupfer. Was? Eine Damp-Kiste machen? Kisten sofort zu ziehen. Achso. Dafür sind wir nicht geschafft. Äh... Also, ich kann 15 Schleimblöcke machen. Das wären 15 durch 9... Äh, 15 mal 9. So, dann... Viele. Äh... Drei. Ja. Ah, danke. Ich brauche ein Glas, eine Chest und noch ein Glas. Okay. Ich bin blöd. Ja, und nun? Ist nichts Neues. Ich benutze jetzt einfach mal... Wie viel Kupfer hast du denn da reingeschmissen? Äh... Ich brauche das Kupfer alles. Ja, habe ich jetzt rausgenommen. Nee. Ich habe nur mal ganz kurz ersetzt. Ich wollte gerade sagen. So, Nummer 1. Ich könnte eigentlich mal das, was ich für diese komische Maschine baue... Einfach mal hier zur Seite legen. Weil das, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, reicht nur gerade eben so, um die erste Quest jetzt abzuschließen. Das nervt mich minimal. Ach, Quatsch. Das ist ganz normaler Alltag im Greggie-Block. Ja. Das ist wirklich so. Also, das Problem ist einfach, wir haben nicht mal die Möglichkeit mehr von irgendwas zu machen, weil uns einfach alles fehlt. Die Schafe machen gerade Spaß. Spaß nennt man sowas. Okay. Lieber machen die gerade. So. Äh, wieso braucht der große Steamboiler eigentlich Sickets? Das ist doch total unlogisch. Durch den fließt ja kein Strom. Ähm. Macht der große Boiler nicht Strom oder macht er einfach nur mehr Dampf? Mh, ja, Dampf. Boiler macht Dampf. Also davon abgesehen, der muss ja nicht mal Strom durchfließen sozusagen. Es reicht ja auch, dass der nur elektronisch geschaltet wird. Ne, der hat ein Output-Hedge von LV. Der macht Energie. Habe ich mir nämlich auch irgendwie gerade gedacht. Aber eigentlich Boiler ist ja... Also, warum... Du schmeißt echt überall einfach alles rein. Mach mal Sand, ich brauch Glas. Ich hab Sand gemacht hier. Und Stack in... Ja, dann mach Glas. Aber es liegt über der Charcoal. Jetzt nicht mehr. Jetzt liegt sie da. Äh, der große Boiler macht nur Dampf für Strom. Brauchst ne Turbine. Die Kuh ist weg. Ähm. Was? Die Kuh ist nicht mehr da. Brauch eine neue Kuh. Hast du das erst nicht verstanden, dass ich sie getötet hab? Warum? Bist du bekloppt? Dann können wir kein Slime mehr machen, du Trottel. Habe ich jetzt auch... Habe ich danach auch realisiert. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Habe ich gern gemacht. Ich muss hier ein Cowbait machen. Wie geht das? Ähm... Ja, wer hat mich denn das dran geschrieben? Unwichtig. Unwichtig. Kannst ja nur ein oder zwei. Ne, Jenny war's nicht. Ich brauch 16, das heißt, ich brauche... So, 16. Äh, Dodo auch nicht. Hey, too many of them here? Wo ich das dann platzieren? Weiß ich nicht. Hallöchen, Davy. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Alles fit bei dir? Herzlich willkommen. So. Ich kann das hier nicht mehr machen, weil hier zu viele Kühe sind. Äh, zu viele Schrauben. Ich brauche ein... Also wir müssen eindeutig ein größeres Feld mit Sugarcane aufbauen. Ein viel größeres. Ich kann keine Kuh mehr erschaffen. Warum nicht? Wollen nicht. Spiele Gott. Erschaffe Kühe. So, ich will... Äh, drei Stück von denen machen. Das heißt, sechs von denen. Das heißt, zwölf von denen. Wo hab ich denn jetzt alles reingedumpt? Da. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Das ist schön. So, dann hab ich jetzt... Äh... Jetzt hab ich sechs von... Jetzt hab ich sechs von denen. Warum auch immer ich von denen jetzt zwei zu viel hab. Passt schon. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch... Äh... Sechs Stück von denen hier. Nein. Neun Stück. Shit. Äh... Wie macht man die aus den Platten? Wie macht man Red Alloy? Äh... Hab ich bekloppt? Ja. Kupfer und Red Stone. Okay. Wir haben doch irgendwo... In welchem Verhältnis? Äh... Red Alloy. Ein Teil Kupfer, vier Teile Red Stone. Eins, zwei, drei, vier... Hier sind zu viele Schafe. Gib mir die Schere. Hä? Zu viele Schafe? Ja, deswegen kann die Kuh nicht spornen, weil die Angst hat. Steht da. Ich will die Schere. Äh... Ist in irgendeiner Kiste. Oh... Nein. Nein. So. Ich brauch immer noch Glas. I have found it. Zwei Glas reicht mir erstmal. Also meine zwei Schafe haben grad vier Wolle getroppt. Ja, damit. Schon dabei. Bleiben sie auch mal stehen, Junge Mann. Ja. Danke sehr. Gnädige Frau. So. Was hast du gerade gesagt? Das kam ja grad später, aber... Ja, ja. Wollte gerade sagen. Mein Gehirn hat grad schon gerattert. Jetzt ist schon übergelaufen. Ach, Mann. So. Ich weiß nicht, was es bei mir heute zum Abendbrot gibt. Gibt? Habt ihr noch nicht gegessen? Nee. Ach, schlimm sowas. Und zuverlässig. Ich werd aber auch nichts essen. Ich werd einen Smoothie trinken. Okay. Teuer die Teile, ja. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich die selber ungerne trinke. Weil die einfach zu teuer sind. Weil die einfach zu teuer sind. Ah. So. Hab ich mal eins zum Probieren mitgenommen. Ich habe, glaube ich, fertig. Nein, hab ich nicht. Ich brauche noch einen von denen und ich brauche noch vier Tin-Cable. Weißt du, was ich komisch finde? Äh. Was denn? Die junge Frau, sag ich mal so, die hat mich noch nicht angeschrieben. Ach. Tante. Äh. Ich brauche noch wieder Wolle. Ja, hab ich gerade bekommen. Zwei. Uh. Danke. Ich weiß nicht. Reicht. Ach, schon wieder ein neues? Ja, zwei reicht erstmal. Ich hab nochmal zwei. Tin-Cable. Ich bin der Glücksscherer. Und. So. Ups. Gut. Ich habe genau ein Circuit zu viel gemacht. Ist egal. Werden wir sowieso noch brauchen. Ist egal. Es bringt einfach nichts, dass ich das mehr gemacht habe. Mein Elemental ist einfach mit sämtlichen Scheiß, den du dir vorstellen kannst, voll. Weil wir halt kein Papier haben, um mehr Vakuum-Tubes zu bauen. Ganz dünnes Eis. Ähm. Wo ist das Feuerzeug? Das ist schlimm, wenn man eine Woche... Ey, das ist mehr als eine Woche, glaube ich. Ich würde sagen, das ist ein ganzes Stück mehr als eine Woche. Schlimm, wenn man ohne Rieck mehr gespielt hat. Ne, zwei Wochen. Ja, kann sein. Das Problem ist es eher, wenn man drei, vier Projekte parallel spielt. Ja, also das ist ja... Und jetzt stell dir das bei mir mal vor, ich spiele noch zwei weitere. Noch zwei? Ja. Theoretisch, ähm... Also Engine ist live und hier, das spielen wir ja zusammen. Dann habe ich noch Rustic Waters und Modern Skyblock. Ja, das ist ja pausiert. Zu halb, ja. So. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich schon freue, wenn ich wieder Gregtech mache, aber keine Lust drauf habe. Also, Gregtech an sich ist echt angenehm, aber das Inventar ist so klein. Skyfekt wird zwei, wie heißt die Mod, mit dem großen Inventar, mit XP bezahlen. So, das fällt weg. Dann brauche ich jetzt noch zwei Glas. Habe ich hier sogar gerade, rein zufällig. Dann einmal bitte schmelzen. Einmal lauschen. Ja, gelauscht. Äh... Ach, nö. Shit. Du willst mich zwar assen, aber ja, ich mache gerade wieder nichts. Was? Äh, schau kurz. Okay. Also, ich habe eher das Problem, dass die Kiste mittlerweile voll ist, wo ich mein Inventar rein dumpe. Da oben ist auch noch eine Kiste, wo ich immer alles rein dumpe. Äh, ja, aber meins ist relevant. Also, das... Da bitte auch nichts rausnehmen. Nö, ich habe da auch schon... So, aber weißt du was? Na? Cool. Komm schon, Quest. Ah, endlich. Endlich. Wir sind schon lange weg. Ja, deine Rolle. Äh, kannst du... Das darfst du bei mir oben in die Kiste reinpacken. Ah, ja.